UNTERTITELUNG Ich find's toll, dass du wieder draußen bist! Ich werd nie wieder einfahren, Billy. Nie wieder. Für niemanden. Lass dich nicht erwischen. Ich hab nen Job für Sie. Sind Sie handwerklich geschickt? Mit nem Hammer und so? Man kennt sie aus Filmen. Die Lungen vor meinem Haus rum. Die Paparazzi. Sie kommen manchmal über die Mauer. Könnten Sie jemanden notfalls vom Grundstück jagen? Könnten Sie mich beschützen? Ja. Woher haben Sie die Nummer? Glaubst du ernsthaft, dass ich dich einfach so durch die Gegend spazieren lasse? Er sagte, du schuldest ihm was. Ich schulde ihm Scheißdreck. Du bist ein Krimineller und Teil meines Unternehmens. Es gibt noch anderes, was ich tun kann, beziehungsweise tun will. Nehmen wir an, ich hätte mich in Sie verliebt. Was würden Sie machen? Einfach alles. Du gehörst jetzt mit zur Familie. Ist wie verheiratet sein, bis dass der Tod uns scheidet. Weiß er von meiner Schwester? Alle wissen von einer Schwester und dass sie... Hinter mir sind ein paar Leute her und sie werden vielleicht versuchen, dir wehzutun. Du bist verrückt, Mann! Gent wird jeden umbringen, jeden, der dir etwas bedeutet. Ich will, dass du das Land verlässt und zwar sofort. Und du kommst du mit? Ich komme nach. Ich muss zuerst noch was erledigen. Du verschwindest besser aus London. Keine Angst. Wir könnten Großes erreichen. Man würde sich an uns erinnern. Sie wollen nicht, dass ich ein Gangster bin. Denn wenn ich erstmal ein Gangster bin, kann mich niemand aufhalten. Und Sie würden als Erster sterben. Werden. Ich bin Cola. Ich bin Cola. Ich bin Cola. Ich bin Cola. Ansonn. Witz. Ich bin Cola. Von demあgen. Bis zum nächsten Mal.